Wenn Frauen heiraten, Kinder bekommen, sich um das Wohl der Familie kümmern und der Mann das Geld verdient, dann ist für diese Frauen der Aufprall im Zuge einer Scheidung besonders hart. Zu dieser Realität kommt dann in der Pension immer öfter die Gefahr der Altersarmut dazu. Der Grund unserer Pensionssystem wurde 2004 unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel geändert und seite schaut es für Frauen, die lange nicht oder nur Teilzeit gearbeitet haben, schlecht in der Pension aus. Dagmar Wolf hat berichtet. Die Altersarmut ist bereits im Mittelstand angekommen. Renate Moser ist Akademikerin, arbeitet 40 Stunden pro Woche und ist dennoch von Altersarmut bedroht. Das Thema Altersarmut hat mich die längste Zeit gar nicht interessiert, muss ich gestehen. Ich habe nur vor einigen Jahren dann einen Bescheid bekommen von meiner Pensionsversicherung und da ist dann gestanden, wie viel Pension ich zu erwarten haben werde in einigen Jahren. Und diese Summe hat mich ein bisschen umgehauen, muss ich sagen. Weil es doch sehr niedrig gewesen ist. Das Schicksal der 58-Jährigen ist typisch für viele Frauen ihrer Generation. Ich habe vier Kinder geboren und bin sehr lange bei ihnen zu Hause geblieben, zumindest bis sie in den Kindergarten gekommen sind. Ich habe in dieser Zeit zwar immer ehrenamtlich gearbeitet, auch in der Pfarre und auch als Lektorin geringfügig oder stundenweise mir da ein bisschen ein Taschengeld dazu verdient, weil mein Mann hat als Krankenpfleger ohnehin ein gutes Gehalt gehabt. Und so war es für uns als Familie auch nicht notwendig, dass ich arbeiten gehe. Und wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, dass ich möglichst lang bei den Kindern zu Hause bleibe. Als ihre Kinder in die Volksschule gingen, hat Frau Moser begonnen, Teilzeit zu arbeiten, mit einem entsprechend geringen Gehalt. Doch dann kippte die Familienidylle. Leider ist es dann 2006 zu einer Scheidung gekommen und mein Mann ist ausgezogen. Und ich bin dann eben mit den vier Kindern alleine da gestanden, wie man so schön sagt, mit einem Teilzeitgehalt von ungefähr 900 Euro netto. Was ganz toll klingt, aber natürlich sind die Mieten hier im vierten Bezirk ja auch nicht gerade günstig. Und allein das Gehalt ist schon draufgegangen für die Miete und für die Betriebskosten. Damit sie und ihre Kinder den gewohnten Lebensstandard halten konnten, begann Frau Moser Vollzeit zu arbeiten. Und obwohl sie hier in der Erzdiözese Wien gut verdient, kann sie trotzdem bis zu ihrer Pensionierung die Lücken auf ihrem Pensionskonto nicht mehr ausgleichen. Denn die Pensionsreform 2004 von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel hat eine lebenslange Durchrechnung gebracht, die für die Höhe der Pension ausschlaggebend ist. Nicht wie früher nur die besten 15 Jahre, sondern das gesamte Berufsleben wird zur Berechnung der Pensionshöhe herangezogen. Man benötigt 45 Beitragsjahre, um auf eine den Lebensstandard sichernde Pension zu kommen. Aus allen Maßnahmen, ob Reduzierung des Steigerungsbetrags, ob Durchrechnungszeiträume, ob Abschläge, wenn man früher in Pension geht, aus keinem Fall kann mehr Verlust entstehen als 10%. Heute zeigt sich, dass vor allem Frauen erheblich höhere Pensionseinbußen hinnehmen müssen. Der Pensionsexperte Wolfgang Marzal, der maßgeblich an der Pensionsreform 2004 mitgewirkt hat, bestätigt dies. Man hat in der Pensionsreform 2004 daher gegengesteuert, indem man eine international verglichen sensationell hohe Anrechnung für Kindererziehungszeiten im Pensionskontosystem etabliert hat. Klar ist aber, wenn Frauen dann längere Zeit aus dem Erwerbsleben ausscheiden oder nur in Teilzeit gehen, dass hier nach wie vor Nachteile bestehen, die momentan nicht ausgeglichen werden. Schätzungen gehen davon aus, dass in Zukunft jede sechste Frau von Altersarmut betroffen sein wird. Also eine Pension bekommen wird, von der sie nicht leben kann. Frau Moser, die in der Erzdyözese für Senioren zuständig ist, kümmert sich im Rahmen der vor kurzem gegründeten Plattform Altersarmut auch darum, das Problem in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Ich denke, Scham ist hier ein Thema. Viele Frauen schämen sich einfach zu sagen, ja, ich kann es mir nicht leisten. Sie sind gut angezogen, sie haben eine schöne Wohnung, auch wenn niemand weiß, dass sie vielleicht nur ein Zimmer heizen können von dieser Wohnung. Aber ihnen fehlt das Bargeld, weil die Pension so niedrig ist. Lukas Richter arbeitet im Rahmen eines Forschungsprojekts an der Wirtschaftsuniversität Wien über die Ursachen und Auswirkungen der Altersarmut. Er hat mit zahlreichen Menschen gesprochen, die von Armut betroffen sind. Die Bewältigungsstrategien sind dann eben in dem Bereich sehr, sage ich mal, teilweise vielleicht extrem. Also eine Dame, die ich interviewt habe, die kommt mit einer Tasse Reis am Tag aus. Die Hälfte des Reises wird dann mit Salz gewürzt zum Mittag und am Abend geht es dann weiter mit ein bisschen einer Milch im Reis, mit ein bisschen Zucker. Oder zum Beispiel, was mir auch immer erklärt worden ist, man kann einen Liter Milch mit einem Liter Wasser vertönen. Das funktioniert auch. Häufig tragen Scheidungen zur Armutsgefährdung bei, so auch bei Frau Moser, die keinen Unterhalt zugesprochen bekam. Damit Frauen in der Pension besser abgesichert sind, gibt es die Möglichkeit des Pensionssplittings, also des Teilens der Pensionsanwartschaft für Zeiten der Kindererziehung. Doch das ist bisher kaum bekannt. Erst rund 1000 Paare haben das gemacht. Sollte das Pensionssplitting verpflichtend eingeführt werden? Solange wir ein System der hinterbliebenen Renten haben, hinterbliebenen Pensionen auch, ist es nicht zwingend notwendig. Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, wenn man mittelfristig das System der hinterbliebenen Versorgung ersetzt, durch ein grundsätzliches, auf eigenen Beinen finanziertes Pensionssystem, wo man nur fragt, wer im Laufe der Jahrzehnte die Beiträge bezahlt. Und dann wäre es meiner Sicht zwingend, dass man im Scheidungsfall jedenfalls verpflichtend das Pensionssplitting macht. Im Regierungsprogramm ist davon noch keine Rede. Man hat sich nur darauf verständigt, mehr Werbung für das freiwillige Pensionssplitting zu machen. Was jedoch im Regierungsprogramm steht, ist eine Mindestpension von 1200 Euro für alle Personen, die 40 Jahre lang Pensionsbeiträge gezahlt haben. Ob dieses FPÖ-Wahlversprechen tatsächlich umgesetzt wird, ist allerdings fraglich. Die an sich ist legitim. Wir müssen nur erkennen, dass wir hier auf ganz klare europarechtliche Grenzen stoßen. Wenn man so eine Mindesthöhe der Pension festlegen will, dann ist ganz klar, dass diese Pensionen auch ins Ausland exportiert werden müssen. Dann würde unter Anrechnung von ausländischen Versicherungszeiten aus der österreichischen Pension, wenn man nur ganz kurz in Österreich versichert ist und dann unter Zurücklegung und Anrechnung ausländischer Versicherungszeiten diese hohe österreichische Leistung bekommt, müsste diese Leistung ins Ausland auch bezahlt werden. Ich glaube, diese Konsequenz wäre vielen Politikern unheimlich und dürfte das System noch nicht ganz durchdacht sein. Um Altersarmut zu vermeiden, sieht Frau Moser heute die Lösung vor allem darin, dass sich künftig Frauen und Männer sowohl Hausarbeit und auch Erwerbsarbeit teilen. Ihr selbst war nicht bewusst, wie notwendig das im Hinblick auf eine Pension ist, von der man auch leben kann. Also ich muss sagen, ich war da ein bisschen blauäugig. Und ich habe auch einfach darauf vertraut, dass wir einmal zu zweit, mein Mann und ich, die Pension miteinander genießen werden. Ich habe einfach auch nicht daran gedacht, dass das Leben anders verlaufen könnte, als ich mir das so zurechtgezimmert oder zurechtgeplant habe in jungen Jahren. Ein Ehering ist eben keine Absicherung für das Alter. Und die Wahlfreiheit in Bezug auf die Berufstätigkeit eine Illusion.